Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Bandicoot Sunday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist mal wieder Bandicoot Time. Ich habe Ostin erst mal das goldene Relikt in Dino-8 bekommen. Das waren 55 Sekunden, die ich haben muss. Da habe ich ein bisschen gebraucht im Internet, um das zu finden, aber eine englische Seite, vielleicht verlinke ich euch das auch unten, hat es dann doch reingeschrieben. Und für Platin sind das dann glaube ich 45 oder 48 Sekunden. Und ich habe natürlich auch das Level, was wir am Ende des letzten Parts nicht geschafft haben. Da habe ich auch das gold Relikt bekommen. Und ja, ich habe glaube ich etwas über eine halbe Stunde gebraucht. Jedenfalls haben wir es jetzt und da bin ich froh drüber. So, ich kann euch das ja auch nochmal zeigen hier. Ekelhaft, einfach nur ekelhaft, das gold Relikt. Ich hoffe, hier haben wir ein bisschen mehr Glück. Hier brauchen wir 1,26. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder nur Erster werden. Und natürlich alle Kisten, alle Zeitkisten mitnehmen. Das sind natürlich nicht alles Zeitkisten, aber ich denke mal zum größten Teil. Keine Ahnung, wie ich diese Zeitkiste bekommen habe. Gib Gas! Egal, ich habe zwei Sekunden bekommen. Sind das alles Zeitkisten? Das war das 1,25, ne? Eine Sekunde habe ich verloren, aber was... Oh, du dreckiger! Ich versuche es natürlich trotzdem noch. Ah, das Level hat mehr Kurven. Ja, ist klar. Ne, das wird nichts. Da wäre auch noch eine Zweier gewesen. Oh cool, wir kommen sogar in einer Blase hoch. Das ist aber neu, oder? Normalerweise kann man warten, ähm, oder früher konnte man halt warten und die anderen vorfahren lassen. Das geht mittlerweile nicht mehr. Irgendwann nach einer gewissen Zeit verschwindet die Uhr. Ach. Aber vielleicht lassen wir sie zumindest ein bisschen vorfahren. Wenn ich hier meine Ruhe habe. Dann muss ich auch nicht mal unbedingt Erster werden. Ja, ist klar. Kann aber sein, dass es dann auch schwieriger wird. Ich weiß es nicht. Lassen wir sie vorfahren. Wieder ein bisschen. Guck mal, es schneidet sogar ein bisschen. Guck mal, es schneidet sogar ein bisschen. Den kriege ich. Easy. Okay. Aber die kriege ich auch. Easy. Jawohl. Gut. Diese Kurven sind immer so ekelhaft zu fahren. Jawohl. Komm, 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 komm. Zieh, den kriegst du. Oh Gott. Ich habe zwar eine Sekunde verdattelt, aber das ist nicht so schlimm. Alter, guckt euch das hier an. Diese Kurven sind immer so ekelhaft. Okay, 1,25 brauche ich. Als ob ich die nicht bekommen habe. Das ist so lächerlich. Gib Gas, Crash. Oh Gott. Da hatte ich Angst, dass ich hier nicht rumkomme. Weil hier ist nochmal so eine richtig scharfe Kurve. Es geht. Das ist aber Saphir. Immerhin einer. Ja. Ja, fahr über mich rüber. Nee, 1,26 wäre es gewesen. Okay. Eine, zwei Sekunden-Serkiste habe ich, glaube ich, vergessen. Aber geht besser. Geht besser. Ich muss die Kurven vielleicht noch ein bisschen besser bekommen. Ich weiß aber nicht wie. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns. Komm schon. Jawohl, schönes Ding. Crash. Bam, jawohl. Komm schon, den holst du dir. Oh, danke, dass du mir Anschub gibst, Bro. Oh Gott. Warten, warten. Komm, 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 komm. Warum habe ich die zwei ja schon wieder nicht bekommen? Komm schon. Das wird niemals im Leben was. Niemals. Nee. Müsste in 5 Sekunden da sein. Aber hier ist noch eine 3. Nee, eine 1er. Das könnte man auch machen. Man nimmt diese... Man rammt die Fahrer einfach. Man kommt so besser durch die Kurven. Das geht natürlich auch. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ach, du dreckiger... Fuck. Ich sehe schon vor mir, für diesen Part... Only dieses Level. Warum kriege ich die nicht mit? Ich sehe schon vor mir, für diesen Part... Komm, 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 komm. Zieht euch, Chris! Dann kriegst du. Jawohl. Eine Sekunde ist schlechter, aber... Ja, jetzt habe ich ihm Schub gegeben. Das wird doch nix! Boah, Alter, war das knapp! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder habe ich sie nicht bekommen. Habt ihr das gesehen? Ich habe die schon wieder nicht bekommen. Aber warum? Das ist jedes Mal diese eine Zweierkiste. Jedes... Punkt, Punkt, Punkt mal. Aber die Frage ist, warum? Gas... 100... 1,26... Ne. 1,26... Ein paar zerquetschte sind das. Zu wenig Power drauf gehabt. Es ist doch nicht wahr! Okay, sieben Millisekunden gespart. Ich hasse diese eklige Kurve hier. Was labere ich denn da? Er hat... 4 Millisekunden gespart, nicht sieben. Loll, ich kriege die Kurve nicht mehr hin. Danke schön. Das könnte ekelhaft werden. Ja, okay, so geht es auch. Ich habe ja alle bekommen, aber... Ja, komm, fahr vor, fahr vor, fahr vor. Oh, das... War sehr, sehr knapp. Ich habe den schon wieder nicht bekommen. Oh, verdammt. Komm schon. Oh, du dreckiger. 1,26... Und ein paar zerquetschte. Reicht es aus? Reicht es aus? Sieht gut aus. Da ist er! Ein paar Millisekunden noch gehabt. Oh, Leute. Ihr macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. So, noch ein Goldrelikt. Dann haben wir das dritte... Den dritten Abteil auch fertig. Dann müssen wir es nie wiedersehen. Hier sollte relativ easy sein, eigentlich. 1,21... Okay. Geh mal schlafen. Ja, vor allem. 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 Oh, das ist sogar fast Platin. Aber easy. So eine Level sind immer schön. Guck dir das an. Auf Wiedersehen. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich? Siehe, 76. Können eigentlich mal speichern. So. So. Hören wir uns erst hier die Edelsteine. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Alles klar. Boah, ich weiß gar nicht, wie wir da den Edelstein bekommen haben. Oder haben wir den normalen Edelstein schon? Ich glaube schon, oder? Ja, den normalen Edelstein müssten wir hier schon haben. noch ein paar Leben abgreifen. weiter geht's. Oh, haben wir doch noch nicht gehabt. Ah, okay. Hi Bro, hinter dir. Das war knapp. Ich höre was. Ich hoffe, hier gibt es keine Todesplattform. Ich brauche die Kisten aber hier hinten. Na, na. Aber haben nicht doch am Ende noch ein paar gefehlt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin ein Idiot. Ach, komm. Ich bin ein Idiot. Ich wollte eigentlich nachgucken, ob es links noch irgendwo weitergeht, aber ich hoffe, hier gibt es keine Todesplattform. Das war ekelhaft. Weil ich es mir auch gut vorstellen könnte. Und ich möchte nicht, wie wir an Sie mit und sch souten. Und ich mache das. Ich mache das mit. Okay. Okay. Nee, der schützt sich. Clever. So. Nee, ich hatte einfach den blauen Edelstein nicht. Doch, ja. Bam. Stimmt. Deswegen war ich hier noch nicht. Das heißt, ich hab den ganz normalen Edelstein schon? Ja. Das ist klar. Was soll ich denn hier durchkommen? Das Ding ist, ich kann hier auch meine Bazooka nicht verwenden. Oh, Bro. Nein, jump doch, spring! Spring doch, spring! Das ist doch nicht so schwer. Und jetzt erstmal wieder beruhigen. Ich muss schauen, was auf mich wartet. Ja, das sieht entspannt aus. Okay, easy. Ich hätte noch nicht mal alle Kisten einsammeln müssen. Ich muss hier mal kurz was schauen. Hier haben wir auch den Diamant schon. Hier auch. Schön. Wir fehlen uns beide. Und hier wird uns noch einnahmen. Gut. Ich würde erstmal sagen, wir setzen hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Bandico-Zander wieder. Bis dann.